In, in the corner. Oh, you're going to open, you're going to open the door. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Ciao, ragazzi, was geht, was gut im Start? Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich denke, ihr kennt das alle. Manchmal möchte Tarkov einfach nicht so, wie man selber möchte. Und dann gibt es einfach Tage, wo man wirklich nur ins Gesicht bekommt. Und genau so einen Tag hatte ich letztens. Und danach habe ich mich entschlossen, eine kleine Scav-Runde zu machen. Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe da ein paar Player verarscht. Macht das bitte nicht zu Hause nach. Denn ich werde für die Aktion minus 1000 Tarkov Karma Points bekommen. Aber trotzdem war es einfach endwitzig und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Also seht ihr in diesem Video erst, wie ich voll ins Gesicht kriege. Und danach zeige ich ein paar Scav-Playern auf Streets. Das Tor zu Narnia ist mittlerweile gefixt, by the way. Mein allererstes Video mit Premiere Pro. Vielen Dank nochmal an den Eiermann, dass er sich da 2-3 Stunden Zeit genommen hat für ein Basic-Tutorial. Ich habe ein paar neue Effekte hier eingebaut und probiere mich gerade ein bisschen aus. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das Video gefällt. Leute, Hollywood is calling. Die Zukunft wird, wie es will Premiere Pro Main. Viel Spaß mit dem Video. Eins. Eins. F***. F***. Ich bin da echt in die Mine gerannt. Ihr bleibt stehen. Das gibt es nicht. Oh, sauber, sauber, sauber. Ich glaube das war ne Nade. Er bleibt genau in dem Moment stehen. Ich muss ne Nade schmeißen um zu gucken wer sich bewegt. Ich glaube er bewegt sich. Ich hab einfach so Schiss vor ihm. Ich muss ne Nade schmeißen. Oku Pado. Hallo? 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 Ich muss das sehen. Ich muss das sehen. Where the fuck is Pizza? Ich kann das close. Bist du ein Scav, Mann? Ich bin ein Scav, ja. Okay. Hey, was up? Hey, Mann! Pizza Crew! Hey, Mann! Hey, Mann! Ich habe gerade spawiert, so... Ich habe gerade versucht, zu holen. Hast du guter Loot? Ich habe gerade spawiert, Mann. Okay. W-W-Would you like that I show you the way to Narnia? Ja, show me, show me. I follow. Okay, go in the corner. You're not gonna shoot me, are you? No, 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 no. One step left. Okay, one step right. Another step. Ich komme so in die Helle. Oh, Gott. Ich habe extra gefragt, ob er Loot dabei hatte. Er wollte Narnia sehen. Er wollte Narnia sehen. Hey. Er hat gesagt, ja, zeig. Oh, Gott. Ich komme so in die Hölle. Oh, shit. Oh, shit. Ja, das ist der Weg nach Narnia, Leute. Oh, shit. Ja, das ist der Weg nach Narnia, Leute. Oh, scheiße. Er war eigentlich übelst nett. Oh, shit. Oh, kacki, ey. Vor allem, er steht schon so in der Wand, dass er das selber nicht gecheckt hat irgendwie, sodass die Wand weg ist. Oh Gott, mir kommen die Tränen. Glaubst du mir, der hat auch gelacht? Ja, er hat gesagt, show me. Ja, show me, show me. Oh shit. Oh fuck. Oh mein Gott, ich werde dafür so auf die... Hey bro, ich bin ein Scav, bitte nicht töten mich. Ich will, ich bin ein Scav als auch. Ich kann... Ich kann dir die Weg zur Narnia zeigen. Was? Narnia, du kennst? Ich kenn Narnia, du. Hast du guter Loot? Bro, ich habe Mosin und... ...1 Ice Green Tea. Das ist alles, ich habe. Okay. Move, move into the corner. Move into the corner. Ich zeige dir etwas. Ich zeige dir die Weg zur Narnia, wenn du willst. Nein, ich bin gut. Ich bin gut. Du kennst Narnia? Ja, Sir. Nein, ich zeige dir. Ich zeige dir. Ich zeige dir. Okay, move into. Jetzt ich zeige dir. Ich zeige dir. In der corner. Oh, du hast du öppert. Du hast du öppert die Tür? Oh, was der f***? Oh, was der f***? Oh shit. Oh shit. Kommt alle! Kommt alle! Wadduw, wadduw, wadduw. Oh my god! Help! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. What the fuck? Ey, ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich frage alle, ob die guten Loot haben.